und ist dann ohne irgendwas, der ist Silber 4 oder Silber 3 eingestuft worden und ist jetzt Diamant 5 Das ist der Hammer, okay, der Junge hat auch Zeit ohne Ende Der hat erst sein Abi gemacht Der ist jetzt Diamant 4, das ist echt krass Also ich find's krass In dem Moment spiel ich auch öfter, sonst er sagt zu mir auch Fabian, das ist meistens nicht deine Schuld Natürlich, manchmal ist es auch meine Schuld, dass irgendwas schief geht Man kann nicht nur unbeteiligt sein Ist ja logisch Müssen wir es auch wieder abfackeln Sicher drückt doch B Man ist immer mal wieder schuld an, wenn irgendwas nicht klappt Das ist bei jedem Spiel so Bei manchen mehr, bei manchen weniger Ich hätte auch übel Lust, ein 3 und 3 Team zu machen Aber ich hab einfach nicht die Leute dafür Mir fehlen die Leute Einmal wieder um Warte mal, warum kommen wir da hin? Kein Secret, okay Das war intelligent Einmal mit dem Pflanzen Oh, ich komme gerade noch frisch von der Arbeit. Ich habe noch diesen Dialekt im Kopf. Ich arbeite ja zur Zeit noch in der Spedition. Ich mache da noch meine Ausbildung als Lagerist. Bin jetzt dieses Jahr dann fertig. Zwei von drei. Und da ist die drei von drei. Und eine Schatztoile. Oh, da drüben geht es auch weiter. Da kann ich aber nicht hin, Manu. Lass uns campen. Ja, genau, Scherf erst mal ein Messer. Jetzt kommt sowieso irgendjemand und rettet uns. Oh, 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 oh. Wo muss ich hin? Oh, da. Boah, diese Stimme, ey. Das ist so geil. Manche finden das gruselig. Ich finde das mega cool. Oh, da waren Lila noch. Können wir da auch irgendwas machen? Nein. Da oben können wir auch nichts ziehen, wahrscheinlich. Können wir jetzt überhaupt... Oh, diese Stimme, ey. Die macht mich verrückt. Hä? Sollen wir Feuer anmachen oder was? Oder besser gesagt, wo ist Sam? Sam, wo bist du? Schlagen kann ich sie auch nicht. Hä? Was soll ich denn machen? Ja, hallo. Was soll ich denn... Was ist denn hier gerade mein Ziel? Habe ich noch irgendwie was dabei? Nö. Ja, klar, will ich auf Sam wechseln. Ja, und hier mal bitte anmachen. Wieso konnte ich gerade nicht mehr den Tasten wechseln? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Oh Mann, ey. Dieses Spiel ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Es geht gar nicht mehr, wo ich gerade war. Ich glaube, ich war gerade irgendwo wieder bei League of Legends. Ich wollte gerade erzählen. Wieso schlagen die mich eigentlich nicht? Bin ich uninteressant für die? Wääh, komm, du zu. Wääh. Wieso kleine Kinder? Wääh. Wir mögen dich raus, Mama. Wir wollen drin bleiben. Boah, wie oft habe ich das früher zu meiner Mama gesagt, Mann. Ja, früher gab es halt noch den Super Nintendo. Den wollte man einfach nicht allein oben vor dem Fernseher lassen. Weil sonst der eigene große Bruder wahrscheinlich gezockt hätte. Boah, was ich früher gesuchtet habe an Nintendo. Früherer Super Nintendo, ey. Oh Gott, war das schön. Oh, dich kann ich schieben und ziehen. Umfallen lassen. Ja, umfallen lassen. Oh ja, komm, geh weg jetzt. Ja, Sam, guck zu. Kein Problem, ich pack das schon. Mein Ring, Arschloch. Das soll ich auch von, oder? Komisches Spiel. Irgendwie wollen die echt nur mich. So. Wo haben wir gerade das Ding umgeschmissen? War das nicht da vorne irgendwo? Da war das. Das ist wahrscheinlich das letzte Feuer. Da, 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 da. Und zusammenwachsen. Ich frage mich ewig so, der Sam, der heißt doch Sam, oder heißt er Sam? Also ich glaube, der ist Sam. Nennen die nicht Sam? Die haben wir gar keinen. Hä, komm mal. Na, da oben war das. Noch ein Feuerchen. Noch ein, noch ein, noch ein Feuerchen. Das letzte. Wuuuuh. Genau. Oh man, die machen alles so kaputt, diese Witze. Boah, jetzt haben wir jetzt das Feuerchen gemacht. Die Helden. Der hat sogar unter seinen Armen geklemmt. Ja, mach die Fackle an. Achso, kann man die nur anfackern? Okay, dann nehmen wir jetzt diesen Stein. Und werfen wir es. Auf Süd. Kann man die nicht abschlagen? Sag mal, nur mit Feuer, gell? Ja, nur mit Feuer. Kann man das da nicht noch aufbauen, hier so? Lass mich bauen. Ach, schlecher. So, dann haben wir hier eine Fackle. Jetzt müssen wir kurz zusammen wachsen. Ob ich heute in Sprachfehler. Muss man das Feuer anmachen? So, dann wechseln wir wieder zu Aragorn. Sterben mal. Gehen dann hin und drücken dann B. Dann schlagen wir wieder einen von euch. Sammeln wieder unser Geld ein. Springen die da einfach den Berg runter? Krass. So, jetzt nehmen wir wieder das mit B. Wir werben das da oben dagegen. Nehmen wieder mit B die Fackel. Gehen zum Feuer. Machen da nochmal B. So, springen wieder auch runter. Können wir jetzt eigentlich mit dem irgendwas machen? Nein. Dann brauchen wir noch was zum Werfen. Hier auch nicht so. Nein. War ein Versuch wert. So, dann haben wir... Ja, da oben. So. Brauchst du noch zwei Stimmen? So. Und dann haben wir noch... Wo haben wir noch einen Stein? Stein, 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 Stein. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Hä? Oder hat Sammeln noch eine Fackel? Ja, der hat doch noch eine Fackel. Dann darfst du den letzten zerstören. Weil ich dich ja so mag. Samm. Das ist, dass du mit demあ sollst du uns nichtątplitig.